Morgen geht es im Toll um Richtungsfragen. Und Sie wissen ja, Toll ist... ...legendär, genauso legendär wie talentfrei. Hey, kaum ist die FDP mal über 5 Prozent... ...ja, kommt auch mal gut. Ja, ist aber kein Grund frech zu werden. Selbst der Ostseehofer hat bei unserem Toll vergangene Woche... ...als Anhänger des Facebook immer geklickt, gefällt mir. Genau, und diese Woche wird es auch wieder... ...reitig, richtig, schön und lustig. So sieht's aus. Also Richtungsfragen im Toll, der Satire von Frontal 21. Dienstag ab 21 Uhr im ZDF.